recht herzlich willkommen zur dreiundfünfzigsten folge von stelares jetzt machen wir hier noch so ein ding ins schiff wie heißt es konstruktionsschiff in die wüste geschickt weil wahrscheinlich aber dann nur der befehlshaber darauf fehlte wo ist das forschungsschiff jetzt ne forschungsschiff nicht konstruktionsschiff ist da es ist das steht jetzt nicht darum dass es das konstruktionsschiff ist naja aber auch egal das fliegt jetzt dahin und baut dass das habe ich noch gedacht dass dann befehlshaber fehlt aber da ist ja kein befehlshaber darauf auf so ein bauschiff und warum das andere nicht in der lage war das zu machen keine ahnung aber ist halt so hier war glaube ich den den hatten wir schon den können wir mal rechts klicken und weg dann haben wir gerade gravierende essens probleme wie man sieht ja das wissen wir ignorieren wir jetzt aber ganz gekonnt negative bilanz ist jetzt auch relativ egal aber hier ist ja das ist jetzt so ein kleineres problem so wir haben jetzt hier 252 wir bauen gleich noch was auf wollen hoffen dass das dann irgendwann hier ins positive wir mal rutscht für den nächsten dann für hat eine neue stufe erreicht weil jetzt habe ich rechts geklickt dann war es natürlich weg ja hier sieht es ganz mies aus die haben wir auch kein essen die sind ganz böse deswegen kann man hier auf der oberfläche noch irgendwas veranstalten da könnte man was verbessern das da auch aber das fehlen dann rohstoffe in dem sinne das ist wieder schlecht bringt aber hier auch nichts weil essen wird dadurch auch nicht besser da auch nicht wir sind hier schon wahrscheinlich mit der besten kultur da ne ersetzen verbessern verbessern geht nicht verbessern ist nicht auch nicht ja das wäre wahrscheinlich auch sonst hier diese ecke ja mit dem verbessern gebäude verbessern jetzt fehlen noch mehr gut hier keine chance hier hat man glaubt noch eine welt drinnen der zum freuen hier geht was war dafür geht sogar okay würde ich dann auch machen diese und diese äpfel verbessern war sonst haben wir keine nachher hier ist nix und dann unten hat man noch dem demis da ist es demis prime kann man da oder kann man was verbessern der ist wohl schon verbessern wahrscheinlich dann machen wir den mehr geht nicht dann haben die wahrscheinlich keine ressourcen mehr 22 minus steht da jetzt hat aber wahrscheinlich damit zu tun dass wir etwas bauen würde ich jetzt sagen aber ob das so ist ist die nächste fahrer sagt er hier sektoren fehlen ressourcen ja das ist stimmt war das ist hier da kommen aber nicht da kam noch eine meldung rein kritische ressourcenkinderkeit ist klar fehlen und hier haben wir jetzt den bau gehabt von dem konstruktionsschiff und das ist dann ja auch ein bisschen runter gegangen jetzt müssen wir noch mal schauen können wir noch irgendwo wo das ist hier war das da das dort gebaut ne hier irgendwo noch was verbessern können was sinn macht ist da irgendwer anders unterwegs jetzt nicht wirklich oder ach so das war hier na okay jetzt nicht unbedingt zu ersehen was da los ist okay dann haben wir hier noch was hier geht gar nichts da unten ist was und das kann man so noch verbessern derzeit im bau okay dann hoffen dass das jetzt richtig ist hier natürlich auch voll daneben gehen hier gibt es keine äpfel das ist schlecht da haben wir noch was die ist noch im bau oder was steht keiner jetzt wirklich ne was steht denn im runengemeinschaft sind ja was im sozialen gefügel läuft schlecht gerade ne das war hier unten ja wo ne da ja das sieht es auch ganz mal aus naja da müsste man mal eine rüber stellen wo ob der das machen möchte ist die nächste frage da ist schon einer tendenziell würde ich jetzt sagen geh du mal dahin oder ein bisschen mehr essen kriegen der geht aber auch wieder zurück na so frustriert wie das ist sollten wir was bauen wenn es geht aber wir haben keine rohstoffe er sieht richtig mau momentan aus 38 da kommen wir gar nicht mehr hin da sind wir hier auch schon so niedrig mal gar eine xie karte zu gehen auf dahin und ja tja müssen wir so machen ich weiß nicht wie oft man das machen kann ich mache es einfach zweimal jetzt geht auch nichts mehr jetzt haben wir hier 333 ich glaube das war falsch da müssen wir hin oberfläche da was bauen können wir da auch noch was bauen würde gehen gut umsiedeln ja das wäre auch interessant also hier sind ja jetzt überall welche drauf dieser hier der müsste man jetzt umsiedeln im endeffekt der kann man nicht umsiedeln der kann man nicht umsiedeln die haben alle was zu tun die auch hat man auch schon glaube das war nix die sind gerade relativ neu da unterwegs tja der möchte da jetzt nicht hin niemand möchte umsiedeln tja wenn die da nicht wollen ne was willst du dann machen das funktioniert also auch nicht ja das ist jetzt richtig mau ne hier läuft es noch am besten in diesem sektor da ist jetzt ganz schlecht was können wir da Energiecredits schicken dann läuft es ein bisschen besser ja jetzt kriegen wir das wieder runter wenn wir da was hinschicken jetzt nur drei hier minus wir sollten mal gucken dass wir das wieder ins Lot kriegen dass das mehr wird ne ja dafür müssen wir unbedingt was bauen Konstruktionsschiff schwebt hier rum ja wie sieht das hier aus mit den achten nützt nix ne ich glaube wir fliegen mal dahin da fehlt uns das Material dann nochmal gucken macht das ein anderer Sektor dann auch fu 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 gibt es hier noch irgendwo ein 4er wenigstens nein hier war noch ein 4er aber auch 2x2 hier hinten ist ein 5er aber das nützt nix ne Konstruktionsschiff nochmal auswählen da können wir auch nicht bauen ne fliegt da auf jeden Fall mal hin 2 hier sind auch 4 da haben wir aber schon was von gemacht ist hier unten noch was diese 6er sind da nochmal ein 4er Konstruktionsschiff geht auch nicht hier unten ist noch ein 6er das ist aber auch 3x2 hier das wäre top ne ok Konstruktionsschiff und hier kann man nicht hin kann man leider nix bauen Anführer verstorben ok ne das war jetzt das falsche Fenster da oder also hier sind noch welche in der Forschung das ist auch bald fertig und das sind wohl auch noch überall welche läuft wohl noch nochmal hier gerade hin Konstruktionsschiff das wären 90 da keine Grenzen da können wir hier denn den Dingens mal die Teststation bauen auch nicht dann Konstruktionsschiff nicht hier hinfliegen lassen hier hin bewegen bringt es auch nicht aber da unten hinfliegen wäre jetzt auch blödsinn Konstruktionsschiff bitte nochmal ja Werkbaustation kostet 90 oh Hunger ist etwas runter gegangen wie Wunder ja läuft trotzdem nicht gut das können wir hier machen die müssen mehr produzieren die auch die auch Mineralien schicken könnte man da machen ne warum haben wir so einen Mineralien da so weil wir andere Sachen jetzt noch hier haben ne die uns was kosten der ist stur gut hier nochmal komm komm bauen wir schnell Raumstation bauen gucken was das uns bringt hier was ist das rote überhaupt hier sie sind jetzt einfach so stark wie Diamanten beim Bau von Schiffspanzerungen sehr nützlich okay dann macht es ja Sinn vielleicht hier das zu dauern das Schiff ist schon da ne ja kommt gut okay gut aber dann würde ich erstmal sagen soll es hier wieder reichen und ich bedanke mich recht herzlich fürs zuschauen und würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid bis dann tschüss das ist du w